halli hallo hallö meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu minecraft live in the woods witz watz witz und joo was wollte ich denn jetzt eigentlich hier unten weiter geht's achso ich hab geschlafen weiter geht's hier im hühnerstall und wir wollen das da oben natürlich noch fortführen das müsste bald beendet sein also lange dürfte es nicht mehr dauern ich hoffe dass ich es in dem part vielleicht sogar hinbekommen sondern jetzt hier unten und ich glaube ich komme ganz fest daran dass wir das so hoch und vielleicht sogar noch eins runtergehen ja machen wir eins gehen wir noch so wundervoll so jetzt brauche ich aber natürlich hier wieder eine schöne fläche die da dass das das so so jetzt war es natürlich wieder den das drücke ich denn hier vertasten das ist ja nicht mehr feierlich das ist so hier so da so dort so wundervoll ach jetzt fällt mir gerade ein was noch auf uns zukommt lego mir so dass wir reichen denke ich wir brauchen sicht machen es soll ja nur eine kleine plattform werden so 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 ach ich musste eigentlich noch eins rausgehen zwei hier zwei da id 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 da wo ich das ja gerne abhält ja das macht wieder ab bisschen mehr platz ich muss noch eins ansatz und das ist sonst sonst bekackt nein und ich weiß jetzt schon ich muss dann wieder ausbessern so viele ecken darf ich hier leider nicht drin haben sonst kriegt dann beim rest durch wenn ich das baue ich glaube ich werde jetzt einfach mal hier runter hüpfen und hier so ein bisschen die ecken rausnehmen oder waren setzlingen und will denn ein setzling bauen sich jetzt schon heimlich die die sachen ab oder was weißes kirschlob ach so so ich bin wieder oben hier hey gut okay so geht das schon so okay hier noch und da noch und jetzt brauchen wir diese diese 47 stück dann brauche ich dieses dann brauche ich das da durch immer alles so das zum abhauen falls was schief läuft das war das da so dass das hat so so liebe freunde jetzt geht da ganze kack hier wieder lustig oder unten hatten gott es ist ja so so und jetzt sagen wir mal dazu baue kann ich das dann ich glaube das hatte ich zu gra palabra 내가 wenn ich jetzt hier runter gehen tun täte kann ich das hier nicht kann ich leider nicht machen so ein scheiß zack 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 es wird alles so schön hell leuchten super nein wo machst du hin ja supi hat ja funktioniert auch ich drücke einmal zu viel so so drunter denn die sau hallo wo bist du hingefallen hallo hier irgendwo shit wo ist das hingefallen ich bin gerade linie hinunter ach da super da hast du gut die sind wichtig die teile jetzt komme ich nicht mehr hoch ne ok da war jetzt hier diese scheiß tausendfüße da rum krabbeln halt hammer aus der hand nehmen ich verändere mein ganzes gebäude immer wenn ich diesen scheiß hammer in der hand halte so und wieder nach oben ja und ich glaube fest daran dass wir sogar noch mal ins netter müssen machen und dann 3 1 2 3 1 2 3 so 1 ding 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und jetzt noch die Äggelen nein ach was mache ich denn für den Scheiß am wenigstens verbindet es die sofort so alter so und so was so jetzt habe ich natürlich ach Leute ey es ist doch nicht mehr feierlich aber ich mache es erstmal hier unten und dann kann ich das immer noch machen zack 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 super hat ja wundervoll funktioniert zack 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 oh ok aber wir haben ja genug Holz das ist gut was wollte ich jetzt unten noch holen ach genau Closedone aber das Problem ist der liebe Closedone neigt sich dem Ende zu und deshalb muss ich schauen ja was will ich denn immer in der Pflanzenkiste da ist er und da ist er auch bald weg das ist ja das Doofe die setzen wir noch schnell ein und dann gehen wir auch schnell pennen und dann müssen wir uns schon was zu essen machen weil der Herr ist schon wieder hungrig ja wenigstens eine Seite und dann werden wir uns mal bei dem Herrn Cides Binz umschauen ob er nicht noch irgendwo für uns ein wenig Closedone hat Klostein Alter diese Dinger so so Dali so Dali so Dali so Dali und dann hat er bestimmt noch im Nether für mich haben wir ja Apfelbäume gepflanzt und wir werden gleich noch ein bisschen Essen klauen Essen Closedone merken bitte Leute merkt es euch bitte ich vergesse das bloß wieder äh äh ähm wo ah da war das auch gefährlich hier unten ziemlich dunkel so so guten Tag guten Tag Herr Binz in Nether ja da gucke ich dann später mal rein aber wenn das jetzt hier nicht drin ist dann muss ich da wohl mal kurz reinschauen wozu sind eigentlich die Kisten da die sind doch überhaupt nicht da die sind doch überhaupt nicht aufgefüllt oder hm egal ähm so wir haben hier was ist das Kalkstein hier oben haben wir diese komischen Sandsteintreppe ok da müssen wir den Cedes nochmal fragen weil der hat hier nämlich oh wie viel hat er denn in Eisen wow da müssen wir dann auch mal Burgen gehen wenn das alle ist ja also da definitiv hier kein bisschen Glowstone das kann da nicht sein ich will doch nur Glowstone Treibsand also das muss man einfach unbedingt in seinem Lager haben Treibsand ok hier drüben hat das ganze ah Essen wollte ich ja auch noch haben so herrlieb ach guck mal hier drüben hat er Glas drin das gehört doch da nicht rein das hat er doch hier drüben drin hab ich das mal fix hat er das mit Absicht gemacht ich glaube nicht ich räume das Thema hier drüben rein man hat ja hier irgendwo Glas da ach komm kann er ja eigentlich sortiere dich selbst hopp hopp klappt so was hat er denn hier alles schönes leckeres da was hat er denn hier was ist das denn Strawberry ach ich hatte den Kartabeln 10 nur was ist das denn los hier ähm Strawberry also so richtig viel hat er ja jetzt auch nicht unbedingt 5 Schweinefleisch Karotten 103 toll das ist wirklich nahrhaft ich hatte den Mais äh Weizen oh da kann ich mir mal weg die kriegt mir ja schnell die kann ich ja wieder oh ne ne so viel wollte ich nicht Entschuldigung Entschuldigung ähm Entschuldigung Scheiße äh ich hab mich irgendwie verzählt warum wieso wa was ok 41 lasst mich wenigstens ach ja close down wollten wir noch close ach du Schande was ist total kaputt ein Bett für den Meister so wie geht das jetzt hier äh oben an yeah oh man aber er hat das ja schön aufgebaut hier im Nether alter mini kack oh der ist rüber natürlich nicht so schön aber ich brauche close down was ist das Sulfur er hat kein close down kann man das eigentlich von der Seite hier auch ausschalten weil die scheiß Fischer jetzt rüber machen oh Mann da hat er schön seine Burg angefangen aber ich brauche close down ich hasse diesen kacken Lesser guten Tag ich brauche close down hast du irgendwo was gesehen und das ist Quarz ich habe wieder keine doch hier hallo das ist Lava da hat sich doch hier irgendwo eine Brücke hingebaut und von der Brücke aus hat er sich irgendwie da hinten ich weiß es gar nicht mehr so richtig ob das jetzt klopft oder nicht ich habe mich geradewegs verlaufen ah ne da ist es ach manu da hat kein kloster ich brauche close down ich brauche close down ach da hat er doch gar nicht damit angefangen so richtig wow wow alter ich muss da ach kacke ich habe jetzt auch kill ist hier großartig hier drin rum zu stürmen alter ne sie ist die ganzen Viecher rüber zu dem nein leute tu das nicht leute tu das bitte nicht nein 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 ich habe das alles versehen gemacht das war doch nicht mit Absicht da sind ja noch mehr rüber warum hat er denn kein close down mehr ich brauche da close down na super und somit ist unsere Arbeit erstmal aufgehalten scheißendreck wer kann denn noch close down haben von den netten Herren ich weiß gar nicht wer hier wer ist aber jetzt schwimme ich doch wieder rüber ich bin gerade durch den scheiß tunnel zurückgekommen aber jetzt schwimme ich wieder rüber Leute es tut mir leid ich brauche close down das ist Cedis Haus meinst du ob der Dingens oben ob der Dingens oben was hat der Andi oh man ey ich wollte hier eigentlich von niemanden anderen irgendwas wegklauen aber ich brauche halt ich brauche doch aber wie sieht's denn was baut er denn da hinten hin ach das ist wahrscheinlich das Dings die Kühe und wir gehen mal hier rein da muss er doch irgendwo in den Werkpack ah da haben wir es doch na super was ist das denn wir müssen leider jetzt hier mal uns umgucken ob close down dabei ist es tut mir leid lieber Andi aber ich brauche unbedingt close down und du hast bestimmt kein Problem dir noch ein close down abzubauen ok ok hat hier zum Glück ein Bett davor drücken wir uns gleich mal rein und auch damit wieder mit dem Schlafen gehen verabschieden verabschiede ich mich was ist das denn easy crafting cool ja mit diesem Part mit diesem Part mit diesen letzten Kistenschau Dings Gedöns was ist das denn ich will da gar nicht hin wird schon irgendwas cleveres sein ach guck mal hat ich keinen Hund ach ja das hat man das letzte Mal schon gesagt ich trau mich irgendwie immer nicht drüber zu laufen ja er hat nichts wir gucken dann mal in den nächsten Häuser ich brauche close down liebe Freunde ich mache mich jetzt auf die Suche nach close down ansonsten muss ich irgendwo im Nether aber warte mal er hatte doch auch ein netter Eingang dachte ich da blub ja wir schauen uns das mal ganz kurz und dann mache ich aus schauen wir mal bei seinem Never Eingang um hat er denn close down hat er hier irgendeine Kisten ich brauche oh mein Gott was hat er denn hier gebaut ich habe irgendwie das drüber Gefühl ich sehe ich hier okay lieber Onkel nicht nach rechts und links gehen oder so da fährt dann bestimmt immer dahinter was ist denn das schwellender Grasblock cool was hat er denn hier gebaut das ist ja Wahnsinn Andi 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 hat der Mann hat der Mann nix zu tun guck dir das mal an ich glaube da fährt dahin ich bin mir sicher dass der Typ dahinter fährt mit dem mit dem mit dem kann aber ich glaube wir sind gleich da und die ganze Schuze da wieder zurücklaufen das freut mich schon drauf älter schwede gerne eine Kiste quatsch jetzt hier geht's zur blaze form regeln den spawner nicht abbauen die decke nicht abbauen viel spaß was ist das fuckig nichts zu mich verarschen ich brenne was ist das blaze form oh mein gott und jetzt wieder zurücklaufen ja oder würde ich sagen ich schalte dann im nächsten part wieder ein wenn ich da vorne bin und da würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns dann nächste woche äh nächste woche wir sehen uns dann im nächsten part wieder bis dahin ciao ciao Auf Wiedersehen.